Musik Wir sind jetzt hier, Nick. Untersuchen Sie den Shelter. Okay, Boss. Gib mir Deckung. Der Rest der Leute, mir nach. Schauen Sie sich diesen gebrochenen Stacheldraht an. Wir müssen ihn reparieren, um hier weiter standzuhalten. Was? Ich denke, Sie müssen einen Blick darauf werfen. Egal wer Sie sind, helfen Sie uns. Es gibt kein Essen und keine Munition mehr im Shelter. Wir können die Zombies abwehren und die Grundversorgung wiederherstellen. Solange Sie die Überlebenden schützen, sind Sie hier immer willkommen. Ich bin einst, dass Sie die Abwehr verletzen können. Ich bin einst, dass Sie sich hier in den Schiffen ausgerufen haben. Ich bin einst, dass Sie sich hier in den Schiffen haben. Die Arbeiter werden ständig von Zombies angegriffen. Wir brauchen mehr Soldaten, um sie zu schützen. Die Arbeiter werden ständig von Zombies angegriffen. 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 Die Windkraft ist zu schwach. Wir brauchen stärker Energie. Die Arbeiter werden ständig von Zombies angegriffen. Die Arbeiter werden ständig von Zombies angegriffen. Die Arbeiter werden ständig von Zombies angegriffen. Job's done. Ha, komm, ich werde Ihnen meine Munitionen als Mitternachtssnack geben.